Als Verwitterungsgruß, Gesteinsgruß oder Kurzgruß bezeichnet man ein Gemisch verschiedener, eckig-kantiger, unregelmäßig geformter Mineralkörner. Dass durch den verwitterungsbedingten Zerfall massiger Gesteine mit körnigem Gefüge entsteht, die Korngröße von Gruß reicht von 0,2 bis 6,3 mm. Der Zerfallsprozess wird als Abgrusung oder Vergrusung bezeichnet. Vergrusung betrifft meist Granite und chemisch ähnliche plutonische und metamorphige Steine dh, Granodiorite, Diorite sowie aus diesen hervorgegangene Gneise. Ursächlich ist oft Temperaturverwitterung. Bei starken Temperaturschwankungen dehnen sich die verschiedenen Minerale aufgrund unterschiedlicher Wärmeausdehnungskoeffizienten nicht in gleichem Maße aus bzw. ziehen sich nicht in gleichem Maße zusammen, so dass sich die Verzahnung der Körner im Gesteinsgefüge allmählich lockert. Vergrusung kann aber auch durch Hydrolyse der Feldspäte und Glimmer erfolgen. Hierbei wird das Gefüge besonders durch die Umwandlung der Feldspäte in deutlich weichere Tonminerale geschwächt. Vergrusung ist ein Prozess, der oft mit Wollsackverwitterung einhergeht.